Herr Fun, hier ist Avram. Ich bin mal wieder hier in Mirrors Edge Catalyst unterwegs und ich habe hier für euch eine Hauptmission, nämlich Farschein. Bitte schaut euch das Ganze an und viel Spaß dabei. Ah! Fels, ich weiß, wie wir dich zur Schad bringen. Wenn du mir dabei hilfst, Zugriff auf den Transit-Kontrollhub zu kriegen, könnten wir einen Zug da rausschicken, den du nehmen kannst. Bin schon unterwegs. Das ist doch Fates Connors, oder? Hey, du! Geh nicht, genau. 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 Hey, du, komm her. Du bist da, sehr gut. Stell eine Verbindung zu der Konsole her, die ich für dich markiert habe. Ich hecke mich dann rein. Sobald ich anfange, die Hubs zu übernehmen, läuft die Zeit gegen dich, Faith. Das heißt, du musst schnell sein, um sie alle rechtzeitig zu erreichen. Sobald ich anfange, um sie zu übernehmen, um sie zu übernehmen, um sie zu übernehmen. Okay, ich klicke dich jetzt ein. Dann mal los. Und auf zum nächsten. Beeil dich. Ich bin weg. Irgendwie war's nie jemand zu würdigen, wie komplex meine Arbeit eigentlich ist. Ich bin weg. Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das?